Toll machst du das, meine Süße. Und? Nun, sein Plan ist nicht der beste, aber der einzige, den wir hatten. Da muss doch ein bisschen mehr Rot rein, oder? Es fällt mir auch nicht leicht, das zu tun. Aber es ist vielleicht unsere letzte Chance. Es geht mir weniger um mich. Es geht mir um Anna. Sie ist doch erst sechs. Hast du ihr schon davon erzählt? Wir fahren in Urlaub. Und wie viel Zeit bleibt uns noch? Stunden. Minuten? Wer weiß das schon. Und die anderen? Die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Aber wir, wir können nicht warten. Jetzt oder nie. Es geht hier um uns. Gut. Wir machen's einfach. Geht's jetzt halt nicht los? Ja, Anna. Jetzt geht's jetzt los. Oh, mein. Jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020